Hallo Angelfreunde, ich bin diese Woche mit David und seiner Freundin Jenny. Sie sind im Urlaub in Norddeutschland und wir werden zusammen Kajak angeln. Wuhu! Wuhu! Bis zum nächsten Mal. Dadurch mag es, den Schwanz des Köders zu beißen, also habe ich einen zweiten Haken am Schwanz hinzugefügt, um ihn besser zu fangen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, immer. Ja, immer. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Guter Spott. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017